Das Dreikönigsbündnis war ein Abkommen vom 26. Mai 1849. Geschlossen wurde es zwischen dem Königreich Preußen, dem Königreich Hannover und dem Königreich Sachsen. Noch während sie gewaltsam die Revolution niederschlugen, einigten sie sich auf die Herstellung einer einheitlichen Leitung der deutschen Angelegenheiten. Ziel war die Gründung eines Bundesstaates, das Projekt erhielt später die Bezeichnung Erfurter Union. Der Vertragstext des Dreikönigsbündnisses stellt eine vorläufige Verfassungsordnung dar. Ihm lag ein Entwurf für ein Wahlgesetz bei. Hinzu kam eine Übereinkunft über ein Schiedsgericht. Erst zwei Tage später folgte ein Entwurf für eine Verfassung des Deutschen Reiches. Dieser war an die Frankfurter Reichsverfassung vom Vormonat angelehnt. Entstehen zeitgleich mit der Ablehnung der Frankfurter Kaiserkrone im April lud der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Die anderen deutschen Staaten dazu ein, über die Gründung eines Bundesstaates zu beraten. Sein Hauptberater dabei war Josef von Radowitz. Ab 17. Mai 1849 waren die Vertreter von Preußen, Bayern, Württemberg, Hannover und Sachsen in Berlin versammelt. Unterzeichnet haben die Vereinbarung dann aber nur Preußen, Hannover und Sachsen. Dabei machten Hannover und Sachsen einen Vorbehalt. An die Verfassung wollten sie nur gebunden sein, wenn alle deutschen Staaten dem Bündnis beitreten. Inhalt Der Bündnisvertrag vom 26. Mai 1849 vermeidet die Wörter Reich und Bundesstaat, sondern spricht von einem Bündnis zur Herstellung einer einheitlichen Leitung der deutschen Angelegenheiten. Eine engere Vereinigung derjenigen Regierungen, welche entschlossen sind, nach gleichen Grundsätzen zu verfahren. Das Bündnis solle ein Mitgliedstaaten des Deutschen Bundes offen stehen, des Weiteren setzt der Vertrag bereits Organe ein. Preußen soll die Oberleitung der zur Erreichung des Zweckes dieses Bündnisses zu ergreifenden Maßregeln haben, und zwar für ein Jahr ab 1. Juni. Danach würde entweder die Reichsverfassung gelten oder die bestehenden Vertragsregeln könnten verlängert werden. Jeder der Verbündeten entsendet einen oder mehrere Bevollmächtigte in einen Verwaltungsrat, der die Geschäfte zum Erreichen des Zweckes führen soll. Über die Verfassung solle ein Reichstag beschließen. Werner sollte es ein Bundesgericht und für den Fall von inneren Unruhen die Möglichkeit geben, militärischen Beistand zu erbitten. Die Operationen würden von Preußen geleitet werden. Punkt Laut Art IV sollten die Verbündeten dem deutschen Volke eine Verfassung gewähren. Der Entwurf sei zwischen ihnen vereinbart und diesem Vertrag angeschlossen. Der Entwurf werde zusammen mit dem Entwurf eines Wahlgesetzes einer Reichsversammlung vorgelegt werden. Sollte die Reichsversammlung Änderungen beantragen, müssten dafür die Verbündeten ihre Zustimmung geben. Belege Ernst Rudolf Huber, deutsche Verfassungsgeschichte seit 1789. Band II, der Kampf um Einheit und Freiheit 1830 bis 1850. Dritte, wesentlich überarbeitete Auflage, Kohlhammer, Stuttgart 1988 ESPN 3, 1700 97415 S, 887.